Ich hab eine Brieftop in meinem Sohn, die ist gern ergeben und trauen. Sie nimmt mir nie das Ziel zu kurz und fliegt auch nie vorbei. Ich sende sie viel tausendmal auf Kundschaft täglich hinaus, vorbei an manchem lieben Ort bis zu der liebsten Haus, bis zu der liebsten Haus.